Einen Social-Inspect, den du letztens gewandt hast? Ich hab keinen Spec gewandt, ne? Doch! Boah, nee, jetzt red ich nicht raus. Ich hab den immer nur mit Bannen gedroht. Und danach hab ich mich auch immer entschuldigt. Mein Gott, ich fand dich gleich! Nee, ich hab mich immer entschuldigt bei Mr. Z. Du hast aber auch so einfach... Das ist ja nicht mehr normal. Was hat er denn gemacht? Er wurde runtergeschlagen und er hat es geholt noch. I've got so much left to say, but I'll take my words and walk away. Ach, die Sicht ist jetzt bei denen größer als im Skog. Ja, wir sind jetzt im Skog. Ja, wir sind jetzt im Skog. Ah! Ich hab den Skog. 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 Das muss ich erst unten. Ey, der ist richtig noch nix geworden. Ich hab mich... Junge, ich verfexle das. Ich krieg den Känzer dabei. Ah, shit. Trifft ihr nicht. Lollt, Jonas. Hat er MG gemacht oder ist er one-hit? Nee, der ist... Also, er hat auf jeden Fall... Ja, denn ist er one-hit. Ich dachte ja, die Autos sind... 2 down. Alle? Oder? Ja, alle down. Ja, 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 ja. Oh, ja. Oh, dann. Okay. Ich hab den Skog. Ich hab den Skog. Ich hab den Skog. Ich hab den Skog. Wie viel Leben machst du? 2 Schaden gemacht. 3. Wett ist frei. Nice. Warte, die Stimme ist voll. Jetzt runter geht. Oh, das ist auch nicht. Aua. 3 Stimme. Stärke, Stärke, Stärke. Stärke, Stärke, Stärke. Stärke. Felix hat 2 Hits. Ja, Felix hat 2 Hits. Ja, Felix hat 2 Hits. Felix hat 3, Stärke down. Ach du, Spawn dann noch links. Glaub ich, bevor die EP aufkommt. In der Mitte auf. Ja, Spawner ist offen. Nein. Emre V. Emre V. 4.5.0. Und Social Inspect, den du erstens gewandt hast. Ich hab keinen Fett. Ich hörst du nicht drauf. Ich hab den immer nur mit Banny gedroht. Und danach hab ich mich auch entschuldigt. Mein Gott, ich fand nicht gleich. Nee, ich hab mich immer entschuldigt. Was? 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 Er wurde runtergeschlagen. Ja, ich werde zwei Plätze weg. Jetzt fahrt er den tot. Wow. Takuna macht Base-Def durch mehr Range. Oh mein Gott. Das sind die Augen.